ja und da sind wir wieder ich würde sagen ich meine was soll ich dann herumreden spielen wir ich hatte gerade irgendwie ein brain lag ihr habt vergessen was ich machen mit unserem sehr turn 2 lassigen schauen wir mal ob wir wieder so glück haben wie ihm gegen magier wird schwierig das weiß ich auf jeden fall weil unsere mobs so wenig leben haben der stoffe kommt ist zu früh ist auf jeden fall funktioniert sehr geil eben habt ihr gesehen mit diesem kombo vom geister arm oder wie das ist er kommt auch zu früh dadurch dass ich abziehen kann wie viel karten nicht auf der hand haben werde ich zu dem zeitpunkt das war grüße ich kann nicht viel machen und heute fließen wir was anderes an nee möchte ich nicht haben möchte ich auch nicht haben die möchte ich ja ja oder gab es noch was ich frage mich ab lol wie hoch ist die wahrscheinlich gerade jetzt lassen wir es mal so dass wir ein schön unterschiedliches bild haben genau das wäre relativ lustig wenn ich die mal abwechselnd spiele hätte ich sogar machen können das wäre voll geil blavend spiele Der rentiert sich die Karte natürlich schon mal, dass er mir jetzt mal tot und wegkommen kann. Aber egal, fast schon. Was macht der da? Das zögert auf jeden Fall meinen Drachen aus. Ich hätte gerne den... Wieso kriege ich jetzt so häufig den Sturmzaun? Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. So, Bibo, was soll das? Okay. Okay. Uninteressant was er spielt. So. Wenn man noch lustig wird, geht nicht anders. Wie kann er denn schon? Acht Stück? Es ist nicht gut, wenn Hexer viel Karten hat. Nein, es ist generell nicht gut, wenn irgendjemand viel Karten hat, aber... Es rede ich nicht. Scheiße, dass er viel Karten hat. Es ist egal, welcher Gegner das ist. Jetzt hat er so viel Karten, dass er gar nicht weiß, was er tun soll. Die sind alle schwach. Das ist schwach, eine schwache Karte. Ich glaube, er hat diesen Dämon... ...den 3,5er... ...für 3. Nee. Das tut mir leid. Das war eine sehr tolle Karte, die er da verloren hat. Und wenn er jetzt nicht tradet, ist er dumm. Die Zeit ist fast um. Ich habe sechs Karten, ich habe fünf. Das ist schon mal ganz okay. Jetzt kann ich gleich jublieren. Ja, jetzt frage ich mich auch. Warum rufst du den? Ah, ich glaube, ich weiß. Das... Komm, verstärke ihn. Wer wagt, es mich zu beschwören? Äh... Uncool. Ah, fuck. Das wird jetzt ein unschöner Trait hier. Das war kacke, dass ich die spielen musste. Die hat überhaupt keinen Sinn gehabt, gerade. Ah, fuck. Dafür bin ich jetzt im Kart-Vorteil. Ah, das ist natürlich die Sache halt, ne? Er geht direkt auf mich. Das war schön, dass er das macht. Das ist irgendwie nicht. War noch ein Schattenblitz oder was? Aber mein Freund, du hast den einen vergessen. Du hast den einen vergessen auf dem Feld. Und zwar ihn. So, und der ist mir grad zu wertvoll. So, und der ist mir grad zu wertvoll. Deswegen hole ich den lieber zurück. Das schüchtern mich nicht an. Das schüchtern mich nicht an. Das schüchtern mich nicht an. So. Ich hab die 3. Das hab die 3. Ich habe ja sie gebraucht. Ich habe die 3. Ich habe die 3. Ich habe solche 3. Aber das hab ich auch schon mal. Und das war heute nicht noch... Ich habe den Geht. Den Geht. Das ist etwas... Jetzt muss ich den spielen. Mit dem? Hey, gib mir eine Minute. Hey, gib mir eine Minute. Oh man. Das ist knapp. Das ist die einzige Möglichkeit. So viele Möglichkeiten gibt es gar nicht bei mir. So viele Möglichkeiten. Na komm was ist los mit dir? Hm. Ist er auf K oder was? Wie riecht sich nicht mehr? Wie macht er gar nichts mehr? Die Zeit ist fast um. Ich frage mich auf. Ich nehme das. Und hier gibt es leider keine Rücksicht auf Verluste. Jetzt ist er wieder da. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen, dass er da ist. Ich habe das gesehen, dass du da bist. Ich habe deine Maus gesehen. Ich frage mich auf. Jetzt habe ich gewonnen. Es kann nicht sein, dass er darauf spekuliert hat, dass er Jaraxus zieht und mich verarschen wollte. Aber das kann man nicht wissen und lief halt für ihn Schisse oder was sonst.